Einen ganz wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zu einem weiteren Tutorial. Dieses Mal fangen wir an mit Minecraften. Ja, ich habe gesagt, ich mache das wahrscheinlich nie, aber jetzt fangen wir doch damit an. Und zwar geht es dieses Mal darum, wie ihr einen Minecraft-Server hosten könnt bei euch lokal auf eurem Rechner. Das machen wir, damit wir danach später Plugins drauf entwickeln können. Und ja, aber ihr könnt das Ding auch benutzen, um mit euren Freunden zum Beispiel zu zocken, die im selben Netzwerk sind. Das heißt, eine LAN-Party, kein Problem. Oder ihr selbst allein auf dem Server auch gar kein Problem. Allerdings, wenn ihr das Ganze übers Internet machen wollt, dann oder quasi Leute von irgendwo anders, eure Freunde, die nicht bei euch im Haus sind, mit euch zocken lassen wollt, dann wird es schwierig. Dann müsst ihr das ein bisschen anders machen. Und zwar müsst ihr euch dann erstmal einen Server mieten und dort das Ganze dann drauf ausführen. Es funktioniert aber quasi genau gleich. Dazu braucht ihr allerdings ein kleines bisschen mehr Erfahrung. Ihr müsst Geld dafür bezahlen und so weiter und so fort. Deswegen zeige ich euch diese Variante hier. Die eigentlich einen ganz guten, nun ja, Kompromiss darstellt, finde ich. Und vor allem fürs Entwickeln ist das sogar essentiell nötig, dass ihr das Ganze so macht. Das heißt, wenn ihr Plugins schreiben wollt, seid ihr hier perfekt richtig. Ganz kurz zur Serie noch. Wir werden nicht mit Java die Plugins schreiben für Minecraft, sondern wir werden sie mit Kotlin schreiben. Kotlin ist moderner, Kotlin ist einfacher. Und ich habe über 100 Videos zu Kotlin, die ihr nicht alle gucken müsst dafür. Aber zumindest mal ein paar könnt ihr euch dafür schon mal reinziehen. Und dann geht es da natürlich weiter. Die aktuelle Version ist hier 1.15.2. Das ist die Version, von der wir auch den Server hosten werden. Aber das kann sich ändern und das macht eigentlich keinen Unterschied. Das funktioniert immer genau gleich. Das heißt, es ist quasi immer derselbe Vorgang, was ihr machen müsst. Und das will ich euch mal ganz kurz zeigen. Das heißt, wie ihr jetzt diesen Server hostet. Und ab dem nächsten Video fangen wir dann an mit Plugins schreiben. Okay. Also das heißt, wir gehen hier erstmal her. Und die Seite heißt hub.spygotmc.org slash jenkins slash job slash buildtools slash. Und da findet ihr diese buildtools.jar. Die buildtools.jar einfach mal runterladen. Einfach draufklicken. Und anschließend speichern natürlich. Beziehungsweise je nachdem, was ihr für einen Browser habt, sieht es ein kleines bisschen anders aus. So. Und dann habt ihr diese buildtools.jar in einem Ordner drin. Ihr könnt die verschieben, wohin ihr wollt. Das ist völlig egal. Ihr müsst die nicht in Downloads behalten. Und ja, dann müssen wir die jetzt erstmal ausführen. So. Das ist jetzt Java-Code. Okay. Wir haben auch die Minecraft Java Edition. Mit den anderen Editionen funktioniert das leider nicht. Die sind sehr gebunden. Mit denen kann man kaum mehr was machen. Deswegen braucht ihr zum Plugins entwickeln und auch Mods verwenden, solltet ihr die Java-Version haben. Und nicht die normale. Die sind ein bisschen teurer, aber dafür auch deutlich mächtiger und deutlich cooler. Okay. Jetzt müsst ihr, um diese buildtools.jar verwenden zu können, die Java installieren bei euch auf dem System. Das habe ich in diesem Video in den Infokarten gezeigt. Das verlinke ich euch direkt einfach mal rein. Und dort könnt ihr dann mal gucken. Ihr müsst kein Java können. Ihr müsst es nur installieren. Das ist alles. Okay. Also wirklich nur Java installieren und dann hier weitermachen. Mehr nicht. So. Und was wir jetzt machen, ist wir drücken Großschreiben. Und dann Rechtsklick in genau diesem Ordner. Nicht auf die Datei drauf, sondern nebendran. Und dann steht hier PowerShell-Fenster hier öffnen. Okay. Wenn ihr ein altes System habt, kann es sein, dass ihr Kommandozeile hier öffnen stehen habt. Das könnt ihr auch machen. Das ist absolut kein Problem. Sieht dann nur ein kleines bisschen anders aus, aber funktioniert absolut genauso. So. Und jetzt, wir wissen, dass wir Java installiert haben. Deswegen, wir überprüfen das mal. Java-Version. Wenn bei euch hier nicht das rauskommt, oder von mir aus ein kleines bisschen was anderes darf dastehen, aber falls bei euch ein Fehler kommt, wie zum Beispiel Java wurde nicht gefunden, ja, dann wisst ihr, dass ihr Java nicht installiert habt. Dann geht ihr bitte in dieses Video rein und installiert da Java, okay? So. Und das heißt, wir können hier jetzt einfach weitermachen. Das heißt, wir sagen jetzt hier Java minus Jar und dann die Build Tools. Ups. Build Tools. Ihr könnt, wenn ihr Build oder sowas eingegeben habt, könnt ihr einfach Tab drücken. Dann wird das für euch automatisch zu diesem Ding hier, ja. Die Linux-Leute machen das natürlich im Terminal. Bei denen ist auch Java schon installiert. Das ist überhaupt kein Problem. Funktioniert genauso auf Linux. Alles kein Ding. Und dann führen wir das Ganze aus. So. Und dann muss das erstmal ein bisschen was downloaden, ja, wie wir hier sehen können. Und extrahieren und installieren und bla bla bla. Und für die Leute, die sich wundern, warum bei mir gerade Git installiert werden muss, für die, die mich schon länger verfolgen, die eigentlich wissen, dass ich damit sehr viel mache, nicht unter Windows normalerweise. Ich nehme das Video hier nur unter Windows auf, damit wirklich alle, die vielleicht noch nicht wirklich Berührungspunkte mit Coding oder sowas hatten oder mit Linux oder mit der ganzen IT-Welt, ja, dass die auch hier folgen können. Normalerweise ist mein System ein Arch Linux, für die, die sich das gerade fragen. Und ich entwickle eigentlich fast nie unter Windows, weil ich es unter Linux bequemer finde. Aber es geht natürlich alles auch hier. Gut, ähm, ja, das dauert ein bisschen. Ich werde das jetzt ab hier mal ein bisschen rausschneiden. Einfach durchlaufen. Das ist völlig egal, was da steht. Außer wenn ein Fehler kommt, dann schreibt ihr mir am besten. Aber da sollte kein Fehler kommen, da kann man eigentlich auch nichts falsch machen. Außer, wie gesagt, Java nicht installieren. Okay, dann bis gleich. So, so ungefähr sollte das bei euch aussehen. Und ihr seht, das dauert auch seine Zeit. Also bei mir hat es jetzt über zwei Minuten gedauert. Ähm, und das war nur der letzte Prozess hier. Ich glaube, es insgesamt hat auch deutlich länger gedauert. Aber macht euch da keine Sorgen, wenn es vielleicht bei euch ein bisschen länger dauert, weil bei mir, wie gesagt, mein Rechner ist nicht gerade der schlechteste. Und ja, jetzt seht ihr hier in diesem Verzeichnis deutlich mehr rumfahren, okay. Jetzt habt ihr quasi alle Tools in der Hand, um Plugins zu schreiben, um alles damit zu machen, ja. Und was ihr jetzt noch macht, um den Server zu starten, weil Plugins, das, wie gesagt, machen wir nächstes Mal, nur noch den Server starten. Das wollen wir heute machen. Und dazu gebt ihr einfach folgendes ein. Java. So, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, okay. Ihr könnt das einfach so kopieren. Das müsst ihr jetzt tatsächlich mal ausnahmsweise nicht unbedingt verstehen. Ähm, und dann einfach Bindestrich, das ist ein Bindestrich hier unten, also ein Minus, ja. Ähm, x großgeschrieben, m ist klein geschrieben, 1g großgeschrieben, also das g großgeschrieben, nicht die 1. Ähm, dann Minus, also Leerzeichen, Minus xx Doppelpunkt, ja. Und dann Plus, use, das u großgeschrieben, cong, das c großgeschrieben, mark, das m großgeschrieben, sweep, auch das s wieder großgeschrieben, und dann g, c, beides groß, Minus jar, und dann spi, ja. Ihr gebt einfach spig ein, und dann drückt ihr Tab. Nochmal Tab, und dann habt ihr hier dieses Spygot minus 1, 15, 2. Das ist die Version hintendran, die kann sich bei euch unterscheiden. Also wahrscheinlich wird das absolut gleich bleiben, wenn ich hier Spygot Version 1.18 oder 19, oder sowas habt, ja, das ist völlig egal. Solange ich hier hinten dann statt 15 eben die 18 oder 19 reinschreibe, beziehungsweise einfach den ganzen Kram über Tab macht, ist das völlig egal. Das funktioniert trotzdem. So, und das ist alles, was ihr braucht, ähm, und ja, da kann man jetzt einfach Enter drücken. Enter sag ich. So, jetzt. Und dann steht das da. Und dann sagt es hier, you need to agree to the Euler. Ja, und das ist die End-User-License-Agreement. Die war davor noch nicht da, die müssen wir jetzt erstmal, der müssen wir zustimmen. Und deswegen gehen wir jetzt in den Ordner rein, wo wir das Ganze gehabt haben, oder diese Build-Tools auch drin haben, und da steht eine Euler.txt, oder bei euch vielleicht einfach nur Euler, ja. Ähm, und da machen wir jetzt einfach einen Doppelklick drauf. So, die öffnet sich in dem hässlichen Editor hier, und dann steht hier quasi, was die End-User-License-Agreement eigentlich ist, ja. Die könnt ihr hier finden unter Account-Mode, den Link könnt ihr einfach mal öffnen und die durchlesen, wenn ihr das wollt, müsst ihr aber nicht unbedingt. Äh, solltet ihr, natürlich solltet ihr das, aber ich nehme einfach an, dass ihr das schon getan habt. Und dann könnt ihr hier statt dem False ein True eingeben. T-R-U-E, alles dahingeschrieben. Und dann Speichern nicht vergessen, ja. Das Ganze wieder schließen, und dann genau dasselbe nochmal eingeben. Oder einfach Pfeil nach oben drücken, und dann nochmal Enter drücken. So, und jetzt habt ihr quasi zugestimmt, dass Minecraft, Minecraft sein darf, bei euch, ja. Ihr habt allem zugestimmt, was da in der Euler drin steht. Wenn ihr sie vorher gelesen habt, ist das gut. Und jetzt startet der Minecraft-Server, und hier seht ihr alles, was ihr wissen müsst. Ähm, und ja, hier machen wir jetzt private Netzwerke, okay. Ansonsten, wenn ihr diesen Haken hier macht, dann sind öffentliche Netzwerke auch okay. Das ist nicht gut, ja. Ihr solltet den Haken hier unten definitiv nicht reinmachen, den hier oben drin lassen. Und dann Zugriff zulassen. So, wunderbar. Und dann sehen wir hier, dass wir gerade noch kurz den Spawn vorbereiten müssen. Nochmal den Spawn vorbereiten. Wir machen das Fenster mal ein bisschen größer, das können wir auch größer machen. So, und das dauert jetzt einfach ein bisschen. Hier seht ihr auch, wie viel Speicher ihr noch frei habt. Und in meinem Fall ist das verdammt wenig. Warum ist das so wenig? Hm, okay. Ähm, genau. Fertig ist das Ding, wenn ihr unten Done steht. Ja, dann seid ihr quasi soweit bereit. Und dann läuft auch euer Server. Jetzt dürft ihr das hier nicht schließen. Ja, wenn ihr das schließt, müsst ihr das Ganze nochmal machen. Und genau so startet ihr einfach den Server. So, wenn ihr jetzt den Server schon fertig habt, ja, dann müsst ihr das nicht nochmal alles machen mit den Build Tools und dem ganzen Kram. Ihr müsst auch Java nur einmal installieren. Ähm, dann müsst ihr einfach nur genau diesen Befehl, den wir eingegeben haben, dieses, ich mach's tatsächlich doch nochmal zu. Das dauert auch ein bisschen, weil es hier alles speichern muss. So, dann landen wir wieder hier, ja. Ja, und wenn ihr jetzt wieder den Server neu starten wollt, zum Beispiel, weil ihr euren PC mal runtergefahren habt, dann wieder hochfahrt, dann gebt ihr einfach genau das hier wieder ein. Dieses Java-XMS1G-XX und so weiter und so fort. Das gebt ihr wieder ein und drückt wieder Enter, ja. Und dann startet sich der Server wieder und es ist genau derselbe Server, der hat sich alles gemerkt, was da quasi passiert ist. Was allerdings ein Problem ist, wenn es eine neue Version gibt, ja, dann müsst ihr das mit den Build Tools nochmal neu machen. Aber das passiert recht selten und kann, oh, bei so selten auch wieder nicht. Aber, ähm, ja, das geht auch so definitiv. So, und jetzt haben wir gleich den Server und dann spielen wir eine Runde drauf, beziehungsweise, das heißt, wir spielen das, es bleibt dann euch überlassen zu zocken. Aber, ähm, wir wollen uns trotzdem mal kurz drauf einwählen. So, wir sind fertig, dann, wir sehen, dass das 16 Sekunden gedauert hat auch. So, und dann öffnen wir natürlich Minecraft. Das ist jetzt euer Minecraft Launcher, den solltet ihr natürlich auch haben, aber ich gehe davon aus, dass ihr wisst, wie ihr das macht. Ansonsten einfach danach googeln und das Ding runterladen, fertig. So, und wir gehen hier natürlich auf Spiel. So, und diese wunderbar beruhigende Musik habe ich auch mal ausgemacht. Ihr könnt natürlich während meinen Videos immer irgendwelchen Hintergrundsound laufen lassen, deswegen mache ich auch selbst keinen Sound rein. Außer meine Stimme natürlich. Wir gehen auf Multiplayer. Ähm, das sehen wir hier. Da müssen wir natürlich einfach akzeptieren. Ähm, das heißt, wir wollen Proceeden. Und hier müssen wir auch nochmal kurz Zugriff zulassen, das habe ich auch noch nicht gemacht hier. So, und jetzt scannt der schon mal automatisch in meinem lokalen Netzwerk nach Servern, okay. Lokales Netzwerk bedeutet, ja, euer PC. Ähm, PCs von euren Freunden, die im selben Laden hängen. Oder PCs von eurer Familie, die dann auch im selben Laden hängen. Also quasi am selben Router, ja. Äh, da das allerdings ein bisschen, nun ja, sagen wir mal, nicht so schnell ist, ja. Ähm, und ihr das währenddessen quasi schon fast einen Kaffee holen könnt oder komplett schlafen gehen könnt. Äh, ich weiß nicht mal, ob der Prozess irgendwann mal fertig ist. Gehen wir hier einfach auf Add Server, ja. Und dann geben wir hier unten, also den Namen könnt ihr eintragen, wie ihr wollt. Ihr könnt da reinschreiben, mein eigener Server. So, und dann geben wir hier als Serveradresse, geben wir 127.0.0.1 an, okay. Das ist quasi euer lokaler Server, ja. Das ist genau das Ding hier, was wir hier gerade gestartet haben, ja. Okay, das heißt, wir gehen hier einfach nur, geben genau das ein. Hinten ist kein Punkt, das ist wichtig. 127.0.0.1, okay. Dann, dann, und dann haben wir hier quasi den, ähm, mein eigener Minecraft Server. Äh, Minecraft Server, das ist dieses Minecraft Server Ding, was hier herkommt. Ja, und dann klicken wir einfach auf Play, Connecting, Encrypting, Joining World, Loading Terrain, und wir sind drin. Und jetzt können wir hier einfach machen, was wir wollen. Wir können rumlaufen, wir können, ja, ich weiß, ich glaube, ihr wisst, wie man, äh, dieses Spiel spielt. Das will ich, will ich euch auch gar nicht zeigen. Ich glaube, da könnt ihr eher mir was vormachen. Sondern ich will euch natürlich zeigen, wie man dafür jetzt dann Plugins entwickelt. Versteht ihr? Okay, und das machen wir dann ab nächsten Video. Ähm, aber ja, für dieses Mal soll es das gewesen sein. Ihr habt jetzt quasi euren eigenen lokalen Server. Eine Sache möchte ich noch kurz klarstellen. Und zwar, wenn ihr hier diesen Server nicht bei euch auf dem PC laufen lasst, sondern bei einem Freund auf dem PC, also zum Beispiel bei eurem Vater auf dem PC, ja, der dann in einem anderen, also der quasi nicht euer Rechner ist und ihr wollt dann mit Freunden auf diesem Server zocken, dann müsste ich hier statt, ähm, statt 127.001 müsste ich hier die IP-Adresse angeben von demjenigen, der den Server hostet. Das heißt, das ist jetzt ein kleines bisschen kompliziert. Wer das nicht macht, der kann jetzt hier gerne schon ausschalten. Ich zeige das allerdings trotzdem noch ganz kurz. Das heißt, ihr öffnet auf dem Rechner, wo der Server läuft, öffnet ihr diese PowerShell hier. Okay, also einfach PowerShell unten eingeben und dann kommt ihr diese Windows PowerShell, die öffnet ihr. Das ist genau dieses blaue Dings, nur eben das andere Fenster ist ja belegt von dem Server, da könnt ihr nichts eingeben, ja. Und, ähm, hier könnt ihr jetzt dann tatsächlich die IP-Adresse rausfinden. Es geht nicht um die öffentliche IP-Adresse, sondern wirklich nur um die, die der Rechner in dem LAN-Netzwerk hat, okay. So, ich habe das mal ein bisschen größer gemacht hier. Und dann gebt ihr hier IP-Config ein, okay. Also IP-Config und dann einfach Enter drücken ohne irgendwas anderes. Und dann findet ihr die IP-Adresse hier unter IPv4-Adresse 192.168.0.45, ja. Die könnt ihr verwenden, indem ihr hier einfach quasi genau das abschreibt. Ihr geht dann hier bei Minecraft hin und sagt hier 192.168, so, jetzt weiß ich nicht mehr welches war. Ja, also 192.168 sollte gleich bleiben, 0 sollte wahrscheinlich auch gleich bleiben. Punkt 45, dann klicken wir hier auf Done und dann finden wir hier auch unseren Minecraft-Server, weil wir den natürlich selbst gehostet haben. Das ist quasi in unserem Fall dasselbe. Aber jemand anders kann nicht über 127.001 zugreifen, der zum Beispiel am Laptop zockt und im selben WLAN steckt wie ihr, sondern der muss dann halt über diese 192.168.0.45 rein. Diese 45 ist allerdings nur bei mir so. Bei euch wird sich diese 45 wahrscheinlich unterscheiden, also ziemlich sicher sogar. Ich bin mir gerade selber nicht sicher, warum ich eine 45 habe, aber ist okay. Das heißt einfach dieses IP-Config eingeben und dann findet ihr die IP-Adresse natürlich raus, okay. So, und das ist eigentlich alles, was ihr braucht, um über LAN Minecraft spielen zu können und alles aufzusetzen für ein wunderbares Plugin, das ihr selber schreiben könnt. Und das machen wir natürlich im nächsten Video. Wunderbar übrigens auch zum Programmieren lernen, weil man dann natürlich direkt einen Anwendungsfall hat. Macht auch sehr viel Spaß und ja, wir werden eine leichtere Sprache als Java benutzen. Das heißt, alles perfekt für Einsteiger eigentlich. Und dementsprechend hören wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf und ich hoffe ihr auch. Bis dann, ciao.